abends 6 uhr in deutschland zeit für crownys video yo wunderschönen gutenberg meine schulden ich freut zack crownys hier am start und jo männer wir sind heute mal wieder mit zwei specials unterwegs einmal haben wir eine seite die wir noch nie gebracht haben was komplett neues so was gibt glaube ich auch nur einmalig und zum anderen ist der georgio nach sechs monaten mal wieder mit am start was geht ab freunde wie geht's euch schreibt in die kommentare und was macht ihr heute ja schreibt in die kommentare heute ist natürlich ein leckerer samstag habe ich natürlich auch gespannt was ihr so treibt ja gott sei dank nicht so warm also es ist immer noch warm aber halt nicht mehr so geisteskrank wie vor zwei tagen ja bei uns ist aktuell 25 grad und keine 35 das ist schon mal viel viel wert alter und ja ich würde sagen da darf sich jetzt auch jemand kästchen aussuchen links auf der seite wird dann immer entschieden wer gewinnt hier hast du zum beispiel gesehen vier blöcke haben gewonnen und desto höher die mahlzahl ist desto unwahrscheinlich ist es natürlich dass man gewinnt hier auf der seite ok hier gibt man einen ok ich verstehe der meiste nur zehn dollar fangen wir mal an ja dann gehen wir hier auch mal fünf mal der jones wird wahrscheinlich werden soll es ist unser bildchen da drin mal fünf wird garantiert nicht werden mit warum der kopp kopp da aber cooles konzept egal ist echt cool soll ich mache jetzt hier und zwei schon mal da 1 drauf und hier 1 drauf also kann ich zwar auch doch kommt ja aber wenn wir jetzt alle drei gewinnen ist natürlich auch eine leckere nummer hat man auch mal 3,25 scheiße 1 gewonnen scheiße also das ist doch kein risky bega das war langweilig aber wir haben irgendwie ich glaube wir haben mit 60 angefangen wenn wir das 13 dollar verloren kann es sein 3 280 drauf also ich bin es auf jeden fall dafür dass ich mir mal nicht so diese muschi muss macht da kann es auch mal viel gehen hier oben das ist ja überekelhaft wenn der jetzt gewinnt ja überlegt weil wir da richtig viel auf der seite los ist dass sie die ganzen fälschchen voll kann ersetzen will also 1000 leute drauf wenn sie alle fälschchen voll das finde ich zum beispiel echt blöd ja ich bin gespannt wie die das machen ja immer hier auch mal drei wenigstens das ist ja noch frei das wird doch mal was hier mal 2,5 komm 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 ja gerade noch geschafft man kann nämlich erst immer ab dem vierten fälschchen setzen die ersten drei kann man nicht ja ein nein scheiße ja gut aber wir haben trotzdem plus trotzdem plus ja okay das ist schon noch nicht schlecht jetzt mal 10er alter ja komm 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 ja der ist direkt weg da muss man auch noch voll flicks sein kommt hier bald 3 er den mal 3 er davor auch ein zu bleiben muss es ja ja oder nein zwei war verloren das ja ich dachte es ist gerade grün angemalt aber das war weil ich noch mein finger darüber hatte da kommen wir heute zähler kann ja auch mal ja die reihe die reihe digga jetzt ist schon zu weit man kann immer erst wenn es so beim vierten ist kann den haben wir wenigstens getroffen kommen den unteren doch nein ich habe ich da oben gewonnen habe und da unten ne guck das geht direkt weg sobald ich drauf setz guck mal hier so jetzt ist die kohle weg mal 7 ist schon doch kacke kommen wir da ist noch mal 7 wir nehmen jetzt mal die ganze reihe hier maids ja digga komm man muss auch noch zwischendrin ein bisschen warten komm lass mich jetzt darauf einfach kein scheiß ich kann auch kacke ich kann nur drei auf einmal machen dann immer noch in zwei fünfer hier unten so weg wie das läuft so gott danach wechseln wir mal den spielmodus jetzt noch ein paar andere sachen aber ich glaube hier geben wir oben fast 187 digga komm gab jetzt einen haben wir getroffen aber nur den mal zwei fünfer fünf dollar minus ja fünf dollar minus und hier kommt den da noch und den da oh guck mal der lieblings fisch ein clown fisch der ist sowieso witzig ey jetzt war ohne spaß chat wollte ich schon sagen habt ihr einen clown fisch zu hause ja und wie haltet ihr den nein gar kein gewonnen oder das ist der richtige was das für mode digga kannst du gar kein was zu machen ey fuck alle ja wahrscheinlich hier nur mit dem pussy ding und so mal zwei mal eins geh doch mal jetzt hier wenigstens mit 30 dollar auf mal zwei digga vielleicht ist das die tank wir müssen hier mal wenn ja den haben wir kommen den auch noch naja natürlich nicht wenn man jetzt mal 30 dollar auf mal zwei weil ich mal zwei und danach kommt man zu einem anderen geben welches diese ist schon weg ist schon weg scheiße kann man nicht mehr nehmen dann macht das 2,5 so haben wir noch geschafft da sind wir drin du musst ja noch mal investieren drücken wir werden hier versohlt was das das haben wir noch gar nicht angeguckt das ist anscheinend wie dings disco 500 digga das was zum schluss übrig bleibt ist es dann so würde ich das jetzt orten ok dann gucken wir mal mal hier alles auch mal 30 mal vier wir müssen doch jetzt hier mal eier zeigen ansonsten können wir nicht gewinnen mal gucken was hier nachher übrig bleibt wohl gerade mal vier ja scheiße aber jetzt mal drauf es kann nur noch mal vier werden das ist echt einfach so ein bisschen anders wie csgo 500 genau bisschen anders angeordnet einfach und eine andere animation kommt mal hier ist noch drin kommt mal hier ist immer noch drin nein nicht dass wir vier weg nehmen nein da ist es weg geflutscht aber ist auch wieder cool digga ist es auch cool so ja aber ja wir gehen die komplett bruch 30 dollar auf was sagst du ist echt schwer also ich bin immer auf mal 4 bilden so keine ahnung wir gehen noch einmal auf mal 4 und der letzten geben oder heilige scheiße 200 dollar haben wir schon verloren müssen uns auf jeden fall wieder zurückholen hier 86 dollar auf 20 jetzt kommt jetzt kommt 20 oder nein lass die vierer drin lasst doch die vierer drin nein 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 da 50 50 chance gibt es doch nicht oh mein gott aber das ist ein richtiger nervenkitzel alter wenn da nur zwei übrig bleiben und dann eins davon verschwindet packt das sieht mir auch kompliziert aus wo aber auch mal direkt auf trocken mit 20 dollar woher gehen wir auch die rohlette ich glaube wir gehen jetzt kommen jetzt belieben wir hier war hart auf die happy faces ja ich glaube wenn da vier von diesen kommt oder wenn er minimum 33 von dem popface kommt so drei von einem angry facing gewinnt man mal drauf gesetzt hat wenn es dreimal grün kommt minimum gewinne ich wenn jetzt fünf mal grün kommt gewinnt man desto mehr okay das kann schau nichts werden es müsste dreimal trinken packt wir sind da und ja das wäre jetzt rot gewesen zum beispiel hier kacke ach so was am meisten kommt gewinnt ja das überwiegt alles klar so drauf okay wir gehen nicht gleich da und kommen 40 dollar machen wir mal was sagst du topface oder angry face kom bitte muss doch jetzt mal was werden wir können doch nicht immer nur verlieren die seite macht auf jeden fall spaß aber wenn wir darum geht ist das natürlich nicht gut weil wieder wird der natürlich absolut wird ja kaum bitte jetzt war englisch face hier das durch krachen nein das müsste dreimal rot kommen kommen zweimal rot noch einmal kaum ja ja immerhin mal was gewonnen 1,75 okay das ist halt echt auch wenn es hier vier mal wäre erst mal zwei und fünf mal erst mal 2,5 so glaube ich ist das ah fuck wir müssen jetzt ja auch noch ein bisschen gewinnen 40 dollar ein bisschen weiter das gefällt mir am besten ah philip coke gibt es hier anscheinend ja tatsache philip coke gibt es auch könnt ihr auch brownie eingeben kriegt ihr fünf dollar sind das fünf dollar ja lol sind echt fünf dollar kriegt ihr fünf dollar um hier ein bisschen rum zu probieren ich denke da wird es natürlich irgendein irgendein limit geben worauf jemand oder grün da wird es natürlich irgendein limit geben friko chrony 5 dollar aber ihr bekommt denn irgendein limit kommen jetzt mal grün kommen scheiße naja park ist schon verloren ich habe noch nie gesehen ach so vier stück ist 2,1 schon okay dann müsste bestimmt fünf stück drei sein oder fünf mal fünf weiß ich nicht irgendwas krasses irgendwas krasses ja so komm jetzt probieren wir noch mal jetzt gehen wir noch mal all in oder ich sag aber nicht wo ne ne gut da war 40 kam dann ist nicht all in kannst du doch einmal sagen und ich sage aber ich believe jetzt in pop face nein nein ich sag's ich sag's angry face komm dann gehst du nämlich falls wir jetzt down gehen dann geh ich gebruch dann bist du das arsch wir gute deutsch also gute deutsch auch komm 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 bitte ich will nicht broke gehen ich würde mir doch hier gerne einen shop von innen angucken obwohl jetzt schon so oft rot kam egal ich bin lief ja 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 nein ja ja das haben wir auf jeden Fall schon bei der tasche immerhin immerhin 1.7 sehr gut gemacht junge jetzt all in junge sehr gut ja was machen wir auf all in das sagst du jetzt machen wir hier richtig balls jungen alter alles oder nichts alter wie lange soll das video gehen alter 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 ist schon zweiter bart gewachsen alter 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 kommt jetzt kommt wir machen jetzt pop face oder eine mini move und raus bist du kommt pop face so an den rest gehen wir jetzt hier auf grün 16 dollar auf grün und 100 dollar ja eben deswegen alter hätte ich mich jetzt genervt die gar niemals den trail verlassen die gar niemals den trail verlassen scheiße höll doch auf mach doch keinen scheiß mach doch keinen scheiß alter komm ich gönn's dir komm ich gönn's dir auch nein 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 wir sind da ja natürlich oder was jungen oh mein gott alter hey da werden wir wieder zurück gewesen wäre ich einfach alle in rot gegangen und es ist halt einfach auch fünfmal rot gekommen wollen wir mich denn komplett ficken oh mein gott alter du weißt wie das läuft scheiße ach man einmal doch nur zum ende hin richtig dann wären wir nicht pro gewesen fuck ich hab gesagt ja ja nachdem nicht gepusht hat bringt ja auch nix ich war echt so hin und her überlegen soll ich wieder rote scheiße na gut mal jetzt lassen bitte jetzt auch noch oben da schaut beim george vorbei ich sollte spider werden ja ich will euch wie es läuft haut rein ja nämlich machen 24 stunden stream da könnte jetzt auch vorbeigucken ja macht es auf jeden fall habe ich gerade im whatsapp gelesen